Deine Kollegen machen ein sehr elegantes Bild. Scooter sind hier. Eins, zwei, drei. HP hat seine Männer auch mitgebracht und haben hoffentlich einen guten Platz ergattert. Ich weiß nicht, neben wem ihr da heute sitzt. Ich weiß es auch nicht. Wir gucken mal. Also ich habe keine Ahnung. Nicht, dass es doch wieder die Atzen sind, weil mit denen müsst ihr doch eh schon sehr viel Zeit verbringen, oder? Ja, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Bei denen ist immer Alarm. Also das ist gut. Ihr müsst auch immer was sagen. Ihr nehmt ja mal die HP in der Mitte, einmal Position wechseln, damit ihr wenigstens auch einmal zu Wort kommt. Ist das ein großes Problem eigentlich, wenn ihr zu dritt zu Interviews antretet? Nö, das entspannt. Weil ich stelle mich daneben und kann mich ganz locker machen und muss mich nicht konzentrieren. Und HP muss dann mal quatschen. Ist doch ganz cool. Und wer ist euer Styleguide hier? Machst du das, HP? Sagst du, was Klamottenmäßig geht? Ja, da macht sich jeder so um seinen Kram. Und ja, also da ist bei uns keine Vorgabe. Alles Zufall. Hören wir eigentlich mal so wieder was von euch dieses Jahr? Gibt's was Freshes? Ja, wir machen jetzt im April die neue Single, Double A Side. Eine heißt The Only One, die andere heißt Friends Turbo. Und danach kommt im Sommer das Album. Vielleicht ein letzter Shout aus The Only One in die Kamera und dann, oder wie klingt der Song, damit wir mal nur einen Eindruck bekommen. Das ist noch geheim. Aber die Stimme klingt so, als ob da was von Arbeit ist, ne? Ja, ja. HP und Scooter. Geht ab. Beim Echo. Im Video, quasi. Mal die Vision. Hallo, Kommand